Leute, es gibt neue Einsätze für das Team von Notruf Hafenkante. Jeden Donnerstag um 19.25 Uhr im ZDF. Dann gibt es wieder was für uns zu tun. Und das in der schönsten Stadt. Der Welt. Weißt du was? Ich freue mich drauf. Ja, dann bleiben wir beide wohl ein Team, mein Lieber. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Dafür sollten wir uns bei unseren Freunden und Fans bedanken. Danke! Wirangen mal zur Freunden... Wolfen inantwortbar. Ja, wir wollen uns bei uns wie wo es spielten. Wir disponen dann für ein Gespräch, Bis orgeltags aubergend. Bis zum nächsten Mal!